So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sitzen immer noch am Piratenschiff. Und wir machen weiter mit Tüte 4. Hey, hey, sind wir rum. Let's pick'em. Guck, da ist sogar eine Ritz-Tüte. Immer diese kleinen Sachen. Oh, da ist noch ein Stein drin. Ja, natürlich. Ich suche euch dann schon mal an. Ja. Rest-Icon. So. So, was geht? Okay, da fängt so ein Dingchen dran mit so einem Nippelchen und einem Pümmelchen. Okay, danke schön. Ich kümmere dich in deine Seite. Ja, ja, voll dabei. Voll dabei, voll dabei. So, was war denn hier? Oh, mit Landkarte. Ihr seid ja noch nicht so weit. Ich bin schon fertig. Okay, ich würde mal so fragen, dass wir das mal rum. Okay, jetzt sind einen nach hinten und dann einen da ran. Ist das korrekt? Das sieht korrekt aus. Ist immer noch nicht fertig. Ist dauernd. Ich muss auch ein bisschen mehr bauen, ne? Ja, was? Also, was ist das? So, das kommt. So, das kommt. Da. Ah, da kommt. Ups. Das sind die Landkarten. Das ist eine Fahne, oder? Da. Das ist ein Seegeschäft mit Rauch. Guck mal. Ist es? Ja, merk mir die Landkarte. Zeig direkt den Feind an. Da ist der Feind. So. Oh, cool. Ja, voll. Das ist mein Papp. So geht's. Ah. Da. Da ist einer. Hm. Zweiter. Das geht schon. Schon nur die Frage, wie rum, aber ich würde sagen, so. Und dann kommt die da rein. Ja. Ja, warte ich. Dazwischen. Ach, Krach. Soll die so eng sein? Ich verstehe ja leid nicht. Nee, die kommt davor, nicht da rein. Wobei das... Ah ja, ich sehe das Problem. Du musst die so einklappen, genau, warte. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ach, da kommt noch ein Fenster rein. Hui. Jetzt hatte ich... Ja. Da denkt der Junge, er sei schon fähig. Der... Kerner! Das ist aber im Mittchen. Da geht's jetzt nicht in und aus. Ja. Okay. Aber es kann nicht sein, da fehlt ja irgendwas. Das ist gut doch. die tür ist davor das ist ja und da fliegt was zum test machen da fehlt ein ich hab's vergessen ich hab's vergessen machen wir eben die türchen auf höchststrahl ja echt blätter mal zehn seiten weiter es ging versuchen ja alles klar so jetzt brauchen wir irgendwelche Fenstergedöse Fensterrahmen, Fensterrahmen, Fensterrahmen so, ah nein dann muss ich achtmal das Fläche bauen das tut mir irgendwie leid ein bisschen nein nein tut's mir nicht hast du auch wieder recht ich muss viermal das Fläche bauen sieht fast aus wie Kanonenklappen aber ach so ein Fensterläden oder so ja das sind aber nur Fensterläden wir enttäuschen aber der hinter kann durchaus eine Kanone lauern leider ja nicht ja eher eine Pistole eine Kanone ist jetzt überdreben aber mit einer Waffe kann man rechnen sagen wir mal so nun Profiwerkzeug was zum Einsatz zack Profiwerkzeug genutzt das klingt bald wie eine Werbung ja wir machen Werbung für Profiwerkzeug ach so ich habe ja immer für Profiwerkzeug Werbung gemacht ja ich mache dafür Werbung für Fingerruhe ja ich mache dafür Werbung für Fingerruhe ganz gerne schon mal die Klappen dran machen ach so ja ich dachte mir wenn du schon so dabei bist dann kommen wir nur über die Fenster nicht ne die kommen nur über die Fenster ich kann das schon so halb zumachen genau so andeuten man weiß ja auch nicht man weiß ja auch nicht konnten die das ändern oder hat das der Wind einfach gemacht dann ja richtig gute Frage und die werden ja kaum so Elektronik haben wie heute wir steigern auf dem Silvestift mit einem Dieselgenerator oder so ja ist das wieder hell da draußen macht mal Licht rein dann hat der Kapitän aufs Griffchen gedrückt und dann geht das hoch sicher nicht ja die haben ja von außen hochge- einfach eingestoppt oder so in Stock ja das ist gut möglich das ist unnötig war schon was majestätisches die Farmen ja das rot-weiße aber ich glaub wenn der königliche Schiff war die haben besondere Farmen gehabt fehlt hier nichts fehlt da was? fehlt da was? was kommt eben da fehlen ah hier ist das das Abkrieg also ah ja irgendwie ist immer so einer der abkriegt na gut ja ach süß hier jetzt können die Fenster lehnen genau davor stufen genau sehr hübsch so was darf ich dir jetzt machen hier ich nehme so einen und zwar zweimal setze den da hin einmal da hin und immer da hin so warte du hast doch nicht auch gepasst doch ich passte auf ja ja das sah so aus als würde was fehlen aber tut es nicht sieht doch auch so aus da hast du recht zwei zwei vier das kommt dann da hoch ja alles doch ich geh das mal kurz ein bisschen zu mir du los das die Verkauferin war übrigens auch lustig und sie sagte so das bauen sie ja nicht alleine oder? und ich so nein das baut mein Hund ja als ob sie gewusst hätte dass wir so einen Kanal haben vielleicht kannte sie nicht genau ist ja nicht auszuspielen wie ein Lego-Star bekannt ja wir schreiben es ja immer rein mit freundlicher Genehmigung von und zu das stimmt die kommentieren ja auch manchmal dann auch ja hast du nicht mal gedacht wir hätten noch mal was geteilt irgendwie ja hatten wir auch ja also sind wir vielleicht nicht so unbekannt wie wir das denken ich bin fertig da fehlt doch noch die ja die sind drauf das sind die langen hier ach Dirk sind meine Sachen oooh er hat nichts gemacht in der Zeit so die da ah ja zwei Stück nein ich helfe dir die sind zu lange nach innen meinste ja das könnte sein nein der ist auch nicht zu lang ne der ist auch nicht zu lang der schießt auch da ja nein muss der rüber aber der ist der ach so da musst du das ganz hinten rennen ok das habe ich nicht gesehen ja die sind ja frei hast du das hier? ja das sage ich ja das sind die ja die die letzte Stufe quasi ok zum hochgettern alright oh jetzt kann ich ganz stirre auf ja das sinken ich bin mir nicht sicher ja oh das wird eng das wird eng das wird eng oh das wird eng das wird eng oh puh das waren nur zwei Stück hallo? ja eben wir sehen ja ja die beiden ja die kommen jetzt okay dann passt das das haben wir auch schön befestigt ja damit das nicht mehr abgeht das ist aber schon schön stabiliter stabiliter oh ha ok dann wollen wir mal gucken jetzt kommt ramen rein da kommen dann diese langen Dinger her da habe ich jetzt Mist gemacht jetzt kriegst du noch mehr Stabbeletet ja war mal richtig ach so die kommen dazwischen dann kommen die nach außen ja genau zwei langen dazwischen jawohl dann wieder sechsmal schon hält es jeder Bombe statt ja jetzt gibt es auch einen guten Abfluss wie es sein muss so jetzt kommt hier vorne ja auch sogar per Spifil das ist mal geändert im Plan ah ja na sowas ist auch mal cool das ist auch cool das haben wir auch so oft nicht ne ich glaube bei dem Turm hatten wir das mal richtig beim Turm hatten wir das oft ja bei der Simpsons haben wir viel gefließt da stand na jetzt ist es fest so zwei drei zwei drei naja das gefilte gut gibt einen sauberen Abschluss nach außen ja auch nach außen genau mhm sehr hübsch sehr hübsch ja so soll es auch ein bisschen überstehen ja planken halt ne also ja genau ok ich drehe das nochmal um zwei drei und davon ist er vier da und zwei davon ja ja ist der richtigen ok ja 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 ich habe vorhin auch geguckt wie hoch muss ich es drehen ja das ist nicht dass man es auf der falschen Seite baut das wäre fatal würde ich sagen sehr fatal oh dann können wir direkt Kühlchen setzen hier die kommen nach außen ne jeder zweite jeder zweite ja diese Pinoppe ne yes das hier ist das hier ist ah die kommen auf dem schwarzen ne mhm ja 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 dann auch ja recht verkehrt ja ich habe es ja gemerkt ja 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 und dann bleiben zwei frei nö ne bleiben nicht dazwischen bleiben zwei frei wo die Leiter ist dazwischen bleiben zwei frei wo die Leiter ist wo habe ich denn erreicht dann kommen ja die Leiter nicht hoch ja kommen wir ja nicht ins Schiff so davon zwei und zwei davon und die kommen dann da hin und da hin und da hin wie ist denn der zweite eine? ja danke da ist wieder Kanonenkugeln da sind auch wieder Kanonenkugeln könnte sagen da sind auch wieder Kanonenkugeln ja brauche man ja auch sind ja verteidigen können ach glaube nicht Pazifist ja genau wie gerade als Pazifist ist das immer ok zwei Böden eins eins zwei drei vier davon eins zwei davon das ist der falsche davon zwei und davon zwei so was mache ich denn damit der Bogen kommt da hin hoppla hoppa der kommt da hin der kommt da hin oh jetzt kommen die Stufen hier ach da kommt noch was hin das wollen wir noch nicht sehen aber die spiel ich immer noch ne jetzt wir müssen so rum das sieht ja geil jetzt kommt jetzt ans Fenster genau da steht auch was drauf Joe's Inn Joe's Inn also das Hotel das ist ein Pub oder ein Pub ja ja Joe's Inn das ist ein Pub auf dem Boot na gut auf dem Schiff ja gut das muss ja auch irgendwas sein auf der Insel ne wahrscheinlich wahrscheinlich wir sehen wir oben was die erbräutern Alkohol ok genau die versorgen die Insel mit Alk dann kommt noch zwei Püren ach die hast du schon ok 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 warte ich warte ich eh warte ich warte ich sag ich Ah, die kommen so als Cheatschart oder was, die kommen auf der Seite ab, und zwar... Die pinst du da rein, da kommt bestimmt noch eine davon. Sehr hübsch. Oh ja, jetzt kommt Palmen. Sonst stand der Palmenbringer, okay. Ich geb mir Mühe. Was macht das denn hier? Das macht sowas. Das macht sowas. Das sind jetzt die hier. Die machen sowas. Und der macht dann sowas, und zwar in Lamella. Dann dreht man das um. Und dann kommt sowas. Warte. Kannst du dann direkt dran machen, weißt du? Na gut, dann mach da weiter. Wäre Quatsch, wenn du nicht direkt dran machst. Quatsch. Das verstehe ich doch noch nicht. Lieber, dass du das so auf der Hand machst. Warte. Was kommt so rum? Das ist fein schon. Die Lampe ist auch schon fängig. Ding, ding, ding. Hm. Jetzt wieder umdrehen. Jetzt kommen hier die Klanken wieder dran. Irgendwas? Stimmt wieder nicht. So kommt das. Da muss man immer echt aufpassen, ne? Nein, nicht richtig. Wollen wir das so klein zu einfassen? Jetzt kommen die grünen Schlangen. Vielleicht finden wir noch eine. Vielleicht. Jetzt kommen die Balmen noch hier drauf. Wie kann denn jetzt sein wie nicht mehr so viel kommen? Tut's auch nicht. Die Lampe? Achso, die ist noch nicht ganz fertig. Und die muss noch in der... Genau. Der Rest muss eigentlich da sein. Die kommt hoch an. Da ist irgendwo so ne... Ja, das hab ich ja hier. Zum einklipsen. Und dann kommst du direkt auf deine Seite. Achso, das kommt jetzt... So. Genau. Aber die Lampe ist im Weg. Die ist im Weg. Findest du nicht, dass sie im Weg ist? Kann doch. Ja, aber der muss ja richtig stehen, gell. Der ist ja eigentlich nicht. Ja? Genau. Weißt du, was ich meine? Achso, ja. Das muss so. Du musst sie auch auf die Quadrate setzen. Nicht davor. Wie auf die Quadrate? Wir haben doch genau da kommen die drauf. Ach, da. Ja, genau. Ich hab auch gesagt. Jetzt hättest du mal eher sagen müssen. Kein Wunder, dass das... Ohne Stadt noch nicht mehr. Ja, siehst du? Ja, okay. Jetzt mal gleich nicht auf mich gehört. Ja, sehr schick. Ja, ist gut. Mit Außendeko. Cool. Sehr hübsch. Ja. Joss in. Hm? Joss in. Joss in. Auf dem Boot. Ja, es kann natürlich sein, dass sie von Küste zu Küste fahren und dann... Ja, wie so eine Kneipe auf Wander schaffen. Wir werden sehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschö. 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 Tschö.